Fünf Jugendliche mit fünf einzigartigen Fähigkeiten. Ein Dämon, eine Göttin, ein Junge, der die Zeit anhalten kann, ein Mädchen halb Mensch halb Maschine und ein Junge, der immer eine schützende Hand über sich hat. Von diesen fünf Jugendlichen hängt das Schicksal der Erde ab. Denn ein Energiefeld, das immer größer wird, bedroht die Erde. Diese fünf Jugendliche sollen das Energiefeld betreten und das Ausbreiten beenden. Außerdem weiß niemand, was sie dort erwarten wird. Angekommen im Energiefeld finden sich die fünf Jugendlichen in einer endlos großen Wüste wieder. Was sie dort erwarten wird, welche Geheimnisse sie lüften werden und welche Gefahren dort lauern, könnt ihr im Buch Beast Mode es beginnt nachlesen.